Liebe Weltbild-Freunde, ich bin Doris Hofer und das ist mein Buch. Tausende Leute sind bereits so richtig fit geworden. Um was geht es in der Squadgirl-Methode? Wir machen zusammen Sport, und zwar zu Hause, ganz bequem, in eurem Wohnzimmer. Wir bereiten zusammen feine, einfache mediterrane Rezepte zusammen zu. Und wir haben eine App, die euch jeden Tag auf das Neue motivieren und schauen, dass ihr am Bau bleibt. Ich hoffe, ich höre euch überzeugt und ich freue mich auf euch. Bitte!